Wir sehen, das Thema hat es in sich. So gehen wir Schritt für Schritt vor und bewegen uns ganz vorsichtig. Stufe für Stufe. Alle bei mir und alle sind frohen Mutes und freuen sich auf die nächste Stufe. Jetzt erkunden wir ein bisschen die Geheimnisse unserer DNA. Schon kurz nach der Entdeckung der DNA fand man heraus, dass Proteine nicht direkt an der DNA produziert werden. Eine solche Vorstellung herrschte nämlich lange Zeit vor. Nein, es werden vielmehr die Gene, die Proteine kodieren, zunächst in eine RNA, in eine Riboducleinsäure umgeschrieben. Und dieses Umschreiben nennt man auch die Transkription. Die so entstehende RNA dient dann als Matrize für die Proteinsynthese. Das heißt, diese RNA übermittelt die Information der DNA an den Proteinsyntheseapparat, nämlich die Ribosomen. Man bezeichnet diese RNA deshalb auch als Boten-RNA oder Messenger-RNA, meistens kurz mRNA abgekürzt. Den Prozess der Synthese von Messenger-RNA, die durch Enzyme an der DNA erfolgt, ja, das ist die Transkription. Ja, die Synthese der Messenger-RNA an der DNA. Das ist die Umschreibung. Die Information der DNA wird umgeschrieben in eine Messenger-RNA. Der Begriff Transkription steht für Übertragung. Aber ganz wichtig, es ist kein Abschreiben. Es ist eine Umschreibung. Denn die Vorlage wird nicht kopiert, sondern es wird ein zur Vorlage komplementärer Strang hergestellt. Das ist ein Unterschied. Keine Kopie. Wir erstellen einen komplementären Strang. Und auch das haben wir ja mittlerweile jetzt verinnerlicht. Weshalb geht das? Das geht, weil ja die Basenpaarung zwingend vorgeschrieben ist. Habe ich einen Strang, in dem Fall einen DNA-Strang, so kenne ich automatisch den zweiten, da dieser ja komplementär zum ersten ist. Wenn ich in der DNA CCC habe, so entsteht hier in meiner Messenger-RNA GGG. Ganz klar, oder? Das heißt, die so nun entstehende Messenger-RNA dient dazu, die genetische Information von der DNA hin zu den Ribosomen zu transportieren. Dafür basteln wir sie. Die DNA selbst kommt nicht aus dem Zellkern. Also müssen wir einen Boten produzieren in Gestalt des komplementären Stranges. Und dieser Bote, diese Messenger-RNA, wandert dann aus dem Zellkern und bringt die Botschaft zu den Ribosomen. Ich fasse noch einmal zusammen. Der Vorgang des Umschreibens der DNA-Information, die in Form ihrer Basensequenz gespeichert ist, in die komplementäre Basensequenz der RNA, also, anders formuliert, die Herstellung der RNA im Prinzip, wird Transkription genannt. Transkribere steht für das Umschreiben oder das Hinüberschreiben. Dieser Vorgang findet im Zellkern an einem DNA-Strang statt. Und das Ergebnis können drei unterschiedliche RNA-Varianten sein. Die Messenger-RNA, die ribosomale RNA oder die Transfer-RNA. Die RNA, die Ribonucleinsäure, die jetzt entsteht, ist in der Regel Einzelstränge, und im Gegensatz zur DNA enthält die RNA als Zucker, die Ribose statt der Desoxyribose und statt Thymin wird Urazil als Base eingebaut. Wie spielt sich die Transkription nun genau ab? Das Ablesen des DNA-Stranges und die Herstellung der RNA, das bewerkstelligt ein Enzymsystem, nämlich die RNA-Polymerase. Die RNA ist somit das Produkt der RNA-Polymerase. Den Namen erhielt dieses Enzym, da ja viele Nukleotide, wenn man so möchte, aneinandergereiht werden müssen. Und diese Aneinanderreihung nennt man auch Polymerisation. Und deshalb die RNA-Polymerase. Okay, noch einmal, da es für viele vielleicht neu ist. Das Enzym der Transkription ist die RNA-Polymerase. Sie benötigt, was für ein Enzym sehr ungewöhnlich ist, für die Synthesearbeit eine Vorlage, eine Matrize. Und zwar in Form eines DNA-Stranges, der mit seiner Basen- oder Nukleotid-Sequenz die neu nun zusammenzusetzenden Basen oder Nukleotide zwingend vorgibt. Und übrigens ist für die Herstellung der drei RNA-Haupttypen auch jeweils eine eigene RNA-Polymerase verantwortlich. So haben wir es mit drei RNA-Polymerasen, nämlich römisch 1, 2 und 3 zu tun. Für die Herstellung der Messenger-RNA und somit für die Proteinherstellung ist die RNA-Polymerase 2 zuständig. Wie startet nun die Transkription? Und woher weiß die RNA-Polymerase, wo der Anfang eines Gens liegt? Dazu besitzen Gene Erkennungssequenzen, die in ihrer Gesamtheit als Promotorregion bezeichnet werden. Hier bindet die RNA-Polymerase. Doch allein schafft sie das nicht. In der Initiationsphase wirken zahlreiche regulierende und vorbereitende Prozesse und Proteine auf das ganze Geschehen ein. Es bedarf auch ganz spezifischer Bindungsproteine, man spricht hier von den Transkriptionsfaktoren. Sie erkennen die Promotorregion und bilden eine Plattform. Und an dieser kann dann die RNA-Polymerase festmachen und dann ihren Job aufnehmen. Zur Vorbereitung gehört es natürlich auch, die beiden DNA-Stränge zunächst einmal zu öffnen. Also man muss sie trennen voneinander. Und das übernimmt ebenfalls ein Enzym und zwar die Helikase. Sie entwindet die DNA-Stränge. Und zwar tut sie das vor der Polymerase, um sie hinter der Polymerase wieder zu verdrillen. Und so entsteht das, was man eine offene Stelle ein Transkriptionsauge nennt, wo nämlich die Polymerase dann eben wirksam werden kann. Nun also wandert die RNA-Polymerase den Matrizenstrang entlang und synthetisiert dabei ihr Transkript, nämlich die RNA als komplementären Strang zu dem, der abgelesen wird. Warte nochmal. Der Strang der DNA, der direkt als Vorlage für die Herstellung der Messenger-RNA dient, der wird als kodogener Strang bezeichnet. Kodon erzeugender Strang. In diesem Strang sind die Basen zu denen der Messenger-RNA komplementär, nicht gleich. Der andere Strang der DNA, also der Gegenstrang zu dem, der eigentlich abgelesen wird, also der nicht abgelesene Gegenstrang, der ist ja ebenfalls komplementär zu dem abgelesenen Strang. Naja, das heißt also, der Gegenstrang, der nicht abgelesen wird, sieht wie aus, klar, er sieht genauso aus wie die Messenger-RNA, die jetzt gebastelt wird, weil ja beide komplementär sind zu diesem Strang, der abgelesen wird. Und deshalb wird der Strang, der nicht abgelesen wird, der Gegenstrang, auch der kodierende Strang genannt. Der kodiert eigentlich, obwohl er gar nicht abgelesen wird. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man es gleich zum ersten Mal hört. Weil wir basteln ja den komplementären Strang zu dem abgelesenen. Und der komplementäre entspricht dann dem nicht abgelesenen Strang. Und das ist dann in Wahrheit der kodierende Strang. Das ist als Bild erstmal ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, wenn man das Prinzip einmal hat, gar nicht so schwer mehr festzuhalten als Bild. Der eigentlich kodierende Strang ist also derjenige, der gar nicht abgelesen wird. Aber es macht ja Sinn. Es muss ja der Messenger-RNA entsprechen. Und das ist ja dann quasi die Sequenz, die auch dann rausgeht und die Botschaften zu den Libosomen bringt. Die RNA-Polymerase wandert nun entlang an diesem Strang. Sie liest ab und bastelt fleißig ihre RNA, bis sie auf ein Stoppsignal trifft. Dies führt dann zur Ablösung des Enzyms und zum Beenden der Transkription. Und das Ergebnis? Ein fäscher RNA-Strang, der die Bauanleitung für ein Protein enthält. Nun heißt es aber, wohin? Zu den Libosomen. Aber leider darf die Messenger-RNA, so wie sie nun ausschaut, den Zellkern noch nicht verlassen. Sie muss noch ein wenig, sagen wir mal, man sagt verändert werden. Man sagt auch, sie muss noch reifen. Was heißt reifen in diesem Sinne? Diese Veränderung oder Reifung, die sie noch über sich ergehen lassen muss, wird Splicen genannt. Das klingt schlimmer, als es ist. Man muss sich einfach nur Folgendes vorstellen, nämlich die RNA, die nun sehr viele Basenabfolgen enthält, enthält auch Basensequenzen, die nicht befähigt sind, sozusagen zu kodieren, also keine Bauanleitung im engeren Sinne darstellen. Beim Splice-Vorgang, der nun erfolgt, in einem Bereich des Zellkerns, die man das Splice-Home nennt, also das Splice-Vorgang, der sieht nun so aus, dass die Sequenzen, die nicht kodieren können, man nennt sie auch die Introns, die werden nun rausgeschnitten. Also nochmal eine Korrektur, eine Nachkorrektur. Und nach Entfernung dieser nicht kodierenden Anteile, den Introns, werden die verbliebenen Proteinkodierenden Sequenzen, die nennt man Exons, die werden nun miteinander verknüpft. Also das Splicen ist das Verbinden der Exons miteinander, nachdem die Introns zuvor enzymatisch rausgeschnitten wurden. Übrigens in der Seemannssprache bedeutet Splice das Verbinden zweier Taue. Und genau das geschieht hier. Nur es werden halt die Exons miteinander verbunden. Und so reift die Messenger-RNA im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Variante, die nun entstanden ist, die hat nun oder bekommt nun quasi den Reisepass, die Lizenz zum Verlassen des Zellkerns. Die Transkription ist nun in Gänze vollbracht und die Basensequenzen oder die Nukleotid-Sequenzen, die in den Genen geschrieben stehen, wurden umgeschrieben, wurden transkribiert. Und nun gilt es, dieses Transkript wohin zu bringen? Raus aus dem Zellkern, hin zu den Ribosomen. Und dort muss ja dann die Proteinherstellung laufen. Was wir nun haben also ist, wir kommen in die nächste Phase. Und das nennen wir nun, oder diese Phase nennen wir nun die Translation. Das heißt, hier wird nun die Botschaft, die ja die Messenger-RNA in Form ihrer Sequenz bringt, muss nun an den Ribosomen übersetzt werden in eine Aminosäurenabfolge. Das ist die Übersetzung oder eben Translation. Und diese findet klar an den Ribosomen statt. Ein Ribosom, ich hoffe, alle erinnern sich nun besteht aus zwei Untereinheiten, die zunächst im Cytosol getrennt vorliegen und zu Beginn einer jeden Produktion, einer jeden Translation zusammenkommen müssen. Die beiden Untereinheiten werden zusammengebaut und nun an der kleinen Untereinheit kommen nun Messenger-RNA und Transfer-RNA zusammen. Während die große Untereinheit zuständig ist für die Verknüpfung der Aminosäuren, die von der Transfer-RNA herangeschafft wurden. Nochmal, Schritt für Schritt. In Gestalt der Nukleotid oder Basensequenz bringt die Messenger-RNA den Bauplan für die Proteine mit. Wie ist der Code nochmal aufgebaut? Ein Kodon. Das haben wir ja schon gelernt. Ein Kodon, eine Basentriplet auf der Messenger-RNA steht für eine Aminosäure. Die Abfolge der Kodons entsprechen dann einer Aminosäurenabfolge und so entsteht dann das Protein. Aber wie kommen wir nun an die passende Aminosäure? Das zum Kodon der Messenger-RNA. Komplementäre Antikodon. Das ist die Basensequenz oder die Nukleotid-Sequenz auf der Transfer-RNA. Beladen ist die Transfer-RNA genau mit der Aminosäure, die vom Kodon der Messenger-RNA verlangt wird. Es verbindet sich nun mit dem Messenger-RNA-Strang nacheinander. Die je passenden Transfer-RNAs und die von ihnen mitgebrachten Aminosäuren werden dabei dann miteinander verknüpft. So kommt es zur Verbindung, zur vorgegebenen Reihenfolge. Das Ganze läuft so lange ab, bis ein Protein komplett fertig ist. Angezeigt wird das dann durch ein Stop-Kodon auf der Messenger-RNA. Und dann ist das Protein zunächst einmal in seiner Basisausstattung fertig. Bei der Übersetzung des Messenger-RNA-Codes in die Sprache der Proteine nehmen die Transfer-RNAs also eine zentrale Funktion ein. Denn sie bringen die richtigen Aminosäuren an die von der Messenger-RNA-Sequenz exakt vorgegebene Position. Dafür besitzen die Transfer-RNAs eine Sequenz, eine Nukleotid-Sequenz, ein Antikodon, das genau komplementär ist zur Sequenz zum Kodon der Messenger-RNA. Zugleich hat die Transfer-RNA genau die Aminosäure im Schlepptau, die exakt von dieser Sequenz der Messenger-RNA kodiert und damit verlangt wird. Die so herangetragenen Aminosäuren werden miteinander verknüpft und das Protein entsteht. Doch das Protein, das mittels der Translation seine Gestalt nun erhielt, ist noch nicht ganz vollendet. Schließlich sind Proteine ja nicht nur einfach eine Ansammlung von Aminosäuren. Proteine falten sich zu kunstvollen Gebilden. Sie zeigen eine bestimmte Oberflächenbeschaffenheit. Und sie bewegen sich mit einer erstaunlichen Eleganz und sie bearbeiten andere Moleküle mit hoher Präzision. Also das ist noch nicht ganz vollendet das Kunstwerk. Die Proteine, die nun aus diesem Prozess hervorgehen, sind für diese vielen Aufgaben noch nicht gerüstet. Sie müssen zunächst einmal richtig fit gemacht werden. Dazu gehört ihre Faltung, die Gestaltung ihrer Oberfläche und die Ergänzung durch weitere Moleküle noch. Viele Proteine müssen dabei eine Reise durch andere Bereiche noch antreten. Das endoplasmatische Reticulum, der Golgi-Apparat, wie wir es ja alles besprochen haben bei den jeweiligen Organellen. Unversch Exploration Unversch周的 осв USD Vielen Dank.